herzlich willkommen hier zu einem neuen video ja schön dass du wieder eingeschaltet hast ja heute schauen wir uns eigentlich den oder die zauberer klassisch schlecht hin an nämlich den magier oder den gilden magier oder wir ihn auch immer nennen wollt bei mitgard einfach nur als magier bezeichnet wie ist der magier bei mitgard definiert in abgrenzung zu den anderen zauberern der magier ist ein hoch spezialisierter wissenschaftler der die magie als wissenschaft sieht auch der in gilden unterrichtet wurde in zauberschulen von meistern und ja der quasi ein prüfungszeugnis der ihk ih zk von mitgard bekommen hat und sich sehr sehr stark auf diese ganze theoretische magietheorie zauberkunde und sowas spezialisiert in abgrenzung zum hexenmeister zum beispiel der ja einfach alles nur so lernt wie er gerade lustig ist und auch gar nicht so nach vorschrift und auch die ganzen regeln nicht einhält und der sich irgendeinen dubiosen mentor sucht oder die zurückgebliebenen druiden die irgendwie ihre magischen kräfte aus der natur abzapfen müssen und irgendwelche dinge da machen also so sieht der magier dass also ja die ganzen wilden schamanen die da rumtouren und so das ist alles minderwertige das sind magie dilettanten nur er versteht den kern der magie er versteht es die arkanen kräfte zu bändigen und zwar so dass er keine vehikel braucht wie naturgeister oder andere dinge ja und dementsprechend ist der magier was das angeht auch ein ganz spezieller denn er hat eine spezialisierung die hat sonst niemand ist ein ein kleiner streber okay also hier der magier anforderungen zu spielen meiner meinung nach leicht für mich gehört der magier an sich so wie er hier ist auch zur kerntruppe so also so ein einer der wichtigsten und leicht eingängigsten abenteurer klassen die man einfach in jeder gruppe gebrauchen kann und ist relativ leicht zu spielen natürlich müsst ihr im kampf ein bisschen aufpassen dass sie da nicht an der vordersten front steht aber der magier hat halt eine große auswahl an sprüchen auch an anderen anderen schaden zaubern wenn er möchte und ja am anfang natürlich in den ersten paar graden muss er natürlich aufpassen es ist halt schwierig wenn man einen bolzen rein bekommt und ist dann schon sehr sehr stark angeschlagen was jetzt die ausdauer punkte angeht also man muss schon aufpassen mit einem magier aber ist auf jeden fall eine wichtige klasse und sollte auch immer von der gruppe auch gut behütet werden und es ist auch einfach leicht zu verstehen dass ein magier quasi wie ein handwerker nach seiner ausbildung erst mal auf die reise geht und ganz ganz viel noch lernt und auch vielleicht von anderen zauberer arten noch was lernen kann ja die eigenschaften aber eigenschaften natürlich intelligenz und zaubertalent brauchen wir nicht lange drüber reden völker die einen magier hervorbringen also sprich einen ausgebildeten spezialisten das sind die elfen die gnome und die zwerge und natürlich die ameisen mit garz die menschen die einfach überall zu finden sind ja die bilden magier aus es kommt immer ein bisschen darauf an wie die struktur in einem land ist und das darf man auch nicht immer außer acht lassen ich habe ja beim druiden schon gesagt dass es sagen wir mal wildere regionen gibt wo dann zum beispiel das druiden tun stark ausgeprägt ist da werden halt da gibt es halt keine akademien oder so aber man kann sich trotzdem vorstellen dass ein magier vielleicht geflohen ist aus irgendeinem land mit einer gilden magischen ausbildung oder sonstige dinge und lebt jetzt irgendwo in fuhr dahin in einem turm wo eigentlich eher schamanen stattfinden das kann man rollenspiel technisch auch machen also war ein nord es kommt immer so ein bisschen auch auf eure geschichte an aber dann muss es auch begründet sein mit grad gibt eine gewisse grenze vor die könnt ihr überschreiten aber ihr müsst dann eine schöne geschichte dazu machen und dann ist das immer in ordnung also los geht's oder warum auch nicht ein halbling zauberer ist widerspricht vielleicht ein bisschen so dieser halbling art aber das hat bilbo auch auch extrem ja bilbo auch hat nicht gemacht was halb ginge tun naja why not typische fertigkeiten auf jeden fall immer schreiben in muttersprache dass es bei den meisten magiern oder zauberern dabei standardmäßig und sie bekommen standardmäßig zauberkunde dabei zauberkunde immer ein schöner spruch eine schöne und schöne fertigkeit die man immer gut gebrauchen kann um den den sinn oder den grund von dingen zu verstehen zauber sprüche zu erkennen wenn sie passieren zauber ja einzuschätzen was das für ein zauber ist wie man ihn vielleicht umgehen kann oder sonstige dinge also zauberkunde ist schon wichtig ja gut kommen wir zu den lerneinheiten jo da sieht es beim magier relativ mager aus also wissen ist auf jeden fall ein steckenpferd vom magier ne der ist natürlich in der akademie und da wird ganz viel natürlich auch dann äh erklärt ne auch um das wesen von 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 tieren natürlich oder was auch immer oder von pflanzen die man für seine magischen sprüche brauchen kann oder für für zutaten und was auch immer deswegen ist wissen ein thema waffen auch nur zwei also in der regel kann man damit den magierstab lernen oder ein dolch oder sonstige dinge und das war's dann aber er bekommt einen sehr großen bonus auf zauber natürlich sieben lerneinheiten damit ist er wenn ich das richtig in erinnerung habe der mit den meisten lerneinheiten und er kann alles lernen außer dweomer zauber wunder taten und zauberlieder die bleiben ihm verwehrt denn sie sind die passen nicht in seine in sein denkschema aber er hat noch eine sehr sehr große auswahl das werden wir uns gleich angucken lernfokus typische zauber ist auf jeden fall erkennen von zauberei den bekommt er gratis mit dazu denn er ist ja wie gesagt der wissenschaftler der der intel der der intelligente denker der tüftler der herausfinder und er kennt natürlich dann auch zauberei und will sie natürlich auch dann einschätzen und für dies vielleicht auch für sich nutzen ein vorteil und den hat nur der magier ist dass er eine spezialisierung auf zauber hat das bedeutet er sucht sich einen zauber raus ich muss jetzt gerade noch mal nachgucken er sucht sich einen zauber aus ich lese den text mal kurz vor magier können sich in einer der folgenden gruppen von zaubern spezialisieren ah ja das ist es schon er kann sich eine komplette gruppe heraussuchen beherrschen bewegen erkennen erschaffen formen verändern oder zerstören also das sind alle außer treo mehr wundertaten oder zauberlieder und diese sprüche da ist er da ist er hin er zieht ihn hin da ist sein interesse groß und er bekommt da ein plus zwei bonus auf den zauber das heißt das ist für ihn wunderbar wir gucken mal rein in die lernliste wenn ihr den dann steigern wollt dann bezahlt ihr zum beispiel für wissensfertigkeiten nur zehn erfahrungspunkte wenn ihr die lernen wollt oder trainieren wollt und so weiter dann nur zehn erfahrungspunkte alles was mit waffen mit unterwelt halbwelt kampf und so zu tun hat ist sehr teuer kostet 40 erfahrungspunkte also das verbessern seines stockkampfes auf normalem wege ist sehr teuer eines magier steckens was noch im alltag kann er einigermaßen normal lernen aber der rest ist auch alles ziemlich teuer also alle fertigkeiten die nicht jetzt unmittelbar mit magie zu tun haben sind für ihn nicht so interessant da bezahlt der 30 oder 40 erfahrungspunkte er kann ein bisschen was lernen aber er ist nicht so der wisser so richtige wisser die so an alles wissen wollen in allen bereichen sich interessieren die hatten wir schon bei den kämpfern auch häufig also der magier der muss dann eher so seinen magischen sprüchen treu bleiben so was ja das spezialgebiet also noch mal noch mal eine kleine ergänzung bei der spezialisierung bezahlt der magier dann auch verringerte lernkosten also er bekommt einen bonus von plus zwei auf zum beispiel zerstören und kann dann zerstören auch für geringere kosten lernen interessant ist hier dass beim magier ist keine abstufungen gibt ja der der droide hat zum beispiel erkennen also die gruppe erkennen also zauber zaubergruppe erkennen da bezahlt er 120 erfahrungspunkte oder formen da bezahlte 60 der magier hat in allen bereichen also beherrschen bewegung erkennen erschaffen formen verändern und zerstören hat er denselben betrag den er bezahlen muss nämlich 60 erfahrungspunkte und kann für seine spezialisierung die er auch frei wählen kann da hat er dann bezahlt er nur 30 also das ist für die leute die gerne einen zauberer spielen wollen einen magier spielen wollen der feuer magier ist der eismagier ist der blitz magier ist was auch immer wie ihr euch das vorstellt der ein verwirrungs magier ist und so weiter der kann sich das dann hiermit ganz einfach bauen das grundgerüst heißt einfach magier und wie ihr ihn dann spielt wie er ihn dann welche welche zauber ihm gebt und so weiter das ist dann euch überlassen denn alles kostet das gleiche bis auf eure spezialisierung kommen wir zu meinem fazit ja wie gesagt von der idee wie man so einen charakter spielen kann von der schwierigkeit her ist es relativ leicht aber es ist eine kleine fleiß aufgabe denn wenn ihr einen großen überblick haben wollt dann solltet ihr erst mal eine menge zauber lesen naja am anfang reichen natürlich erst mal wenn ihr die die ersten grad eins und grad zwei zauber lest was anderes könnt ihr ja am anfang dann auch gar nicht lernen aber das reicht schon mal erst mal das sind schon ein haufen zaubern haben es gibt viele verschiedene und ich arbeite mich jetzt auch so langsam rein aber wenn ihr einen zauberer spielen wollt dann zeit euch bewusst auch als anfänger es macht einfach sinn erst mal die zauber sich anzugucken wenn ihr da bock drauf habt dann ist es für euch überhaupt kein problem wenn ihr so seid wie ich dann nervt euch das also ich bin so eine riesen auswahl bei zauberern schwierig aber ich taste mich jetzt langsam ran jo alles klar ansonsten magier immer eine gute klasse ich habe jetzt in reinen magier noch nicht gespielt aber ich habe noch das ein oder andere noch nicht gespielt ich bin ja eher also ich spiele ja meistens oder im moment nein ist es schwierig ich spiele ja oder ich spielte in der vergangenheit ja lieber kämpfer oder zauberkundige kämpfer die so ein paar zauber haben bisschen übersichtlich dann geht das aber ich arbeite mich natürlich rein und und man spielt dann zu dies und das und hat eine schöne idee für irgend eine außergewöhnlichere sache ich lasse das so auf mich zukommen und ja mit meinem droiden habe ich auf jeden fall schon mal viel spaß und ja okay leute ach so genau noch eine kleine anmerkung für einsteiger ist es natürlich dann auch ein bisschen unübersichtlich wenn ihr da sitzt und habt dann halt 56 sieben sprüche da stehen was kosten die wie lange wirken die und so weiter das ist ein bisschen aufwand es ist auch ein bisschen merkaufwand was kann ich alles in der regel hat man seine arcanum ja dann dabei und muss dann auch noch mal nachschlagen weil man nicht alles auswendig weiß natürlich vielleicht ist die beschreibung auch nicht so aussagekräftig die man dann selbst angefertigt hat auf seinem charakterblatt weil der platz einfach nicht so reicht naja das heißt es ist ein bisschen aufwändiger aber wer bock hat der soll das machen auf jeden fall es ist eine coole klasse vielleicht den ersten charakter in waldläufer spielen oder ein spitzbubu oder was auch immer oder ein glücksritter und dann der zweite charakter wenn man dann so dass den kampf im griff hat dann geht man zum zauberer über ist vielleicht bessere zweitcharakter als der erste das war es von meiner seite wenn euch das gefallen hat gerne ein abo da lassen und einen daumen nach oben die likes sind die währung und umso mehr likes und kommentare unter ein video sind umso mehr merkt youtube das rollenspiel von interesse ist das heißt wenn euch das video gefällt und ihr unterlasst es einen kommentar oder ein like zu setzen dann weiß youtube nicht so genau ob das spannend ist und viele leute bekommen dann rollenspiel themen nicht vorgeschlagen und das ist ja auch kanal übergreifend so das heißt viele benutzen dann die gleichen ich will nicht so genau in die ins detail eingehen aber das sei noch mal mit auf den weg gegeben denn der magier der ist es gewohnt zu lernen und ich habe euch jetzt gerade als als mentor gedient und euch etwas gelehrt nur ein stück okay wir sehen uns im nächsten video macht's gut leute und ciao